Boah, ich hab grad irgendwie Panik gericht, dass da jemand kommt. Oh, die Blumen sind aber auch, äh, ne? Hallo? War die Tür eben schon aus? Ich sollte die Tools hier finden, die ich hier brauchen. Ah. Hm, ein Auto. Schau mal das Muscle-Kar. Chloes Stepdad muss ein Gearschein sein. Oh. Food. Schau an all that food. That's like enough Spam for a hundred years. Hehe. Ja, genug Essen für die nächsten 100 Jahre ist immer gut. Oh, was haben wir hier? Search. Nothing, this is so lame. Halt, da oben war was, gucken wir gleich. Was haben wir denn hier? Das wird Konsequenzen haben. Okay. Das ist ein Map of Blackwell Academy. Ich wundere, warum. Placement of Cameras. Oh. Should I switch this on? Decisions, decisions. Ja. What the? Chloes Stepdad actually installed cameras in the rooms? For reals? This guy has serious trust issues. Do Chloe and Joyce even know about this? Oh, man. Alter, was war alter? Nur Chloes Room scheint auf jeden Fall nicht dabei zu sein. Alter. Zu damit. Hm, wir gehen erstmal die oberen Schränke durch. Auch nix. Hallo. Okay, gucken wir gleich. Äh, hier sind Tools. Okay. Aber hier ist noch ein Laptop. Na dann. No password. Like it would help me find tools anyway. Hm. David Madsen Unlocked. The Enterprise Word. No David Unlocked. Hm. Okay. Dann wollen wir mal da oben schauen. Shit! Butterfingers! Ähm. Kann ich das irgendwie verhindern? Oh, man. Ich werde immer sie fallen. Wirklich immer? Kann man nicht irgendwas da hinlegen? Ich meine, ich bin ja nicht... Ja, also... Ja... Okay, also sie kann es nicht. Dann gucken wir mal mal. Oh ja. Der hat einen Haufen Bilder von Kate. Blackwell Academy Parking. Parking. Mit Uhrzeit. Okay. Lass nicht liegen, nein. Wir räumen es natürlich wieder hoch. Ja, genau. Das würde ich mich auch... Äh, das frage ich mich auch. Chloe stepped at his head of security at Blackwell. He wants to put surveillance cameras all over the school. How paranoid can you get? Gott. Ah, ganz klasse. Chloe stepdad is a veteran and a security guard. He must really hate her. Oh, man. Oh, ja. So. Oh, ho, 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 ho. Hm, one of these guns is missing. I hope Chloe stepdad isn't packing heat. Weiter, weiter. Target. Yes, score. Das macht mir aber ein bisschen Angst. Hm. Boom, precision screwdriver. Except I can't reach them. That does not look stable. Nur dann. Das Push bringt mich ja dann auf die Idee. Putsch. So und dann. An damit. Skip. Ja okay kam wieder aus. Bin nervig. So. Pull. Sehr schön. Alles klar den wollen wir mal. Das Telefon haben wir gelassen. Alles. Nein. Nö. 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 Jetzt sag mir die Wahrheit, Max. Okay, komm, wer erzählte, Chloe, können wir das erzählen? Hm, nicht wirklich, also nicht wirklich oder ich war mir nicht sicher. Nein. Nur ein bisschen oder nicht wirklich? Hm. 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 Okay. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung, ihr das erzählt zu haben. Ja. 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 Das kann ich auch nochmal Folgen. Oh Mann, Max Äh, hohohohohohohoh. Ähm, hohohohohohoh. Ähm. Ähm. Okay, ein Trashtag. Ich hasse diese Entscheidung, vor allem, dass es schon wieder so eine extreme Entscheidung zu sein. Entweder bleiben wir drin oder wir schreiten ein. Ich meine, der hat uns, ja ich, der hat ja eh schon alle irgendwie aufm Kieker. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, jetzt hier rauszuklatzen. Oh Gott, ich hasse diese Entscheidung, also solche Entscheidungen, boah, okay, damit muss ich jetzt leben. Müssen wir durch. Bleiben wir drin oder schreiten wir ein. Wenn wir jetzt rausfinden, ist es unser Gras. Unser Gras wäre schon mal grundsätzlich schlecht. Für Chloe den Arsch hinhalten ist eigentlich, ich weiß nicht, ob wir sie schuldig sind, quasi für sie den Arsch hinzuhalten. Ich glaube, wir bleiben drin. Ich glaube, wir bleiben drin, weil ich will einfach, ich weiß nicht, ich glaube, so würde ich wahrscheinlich, ob ich raustreten würde, ich weiß es nicht. Ich meine, man muss schon, man muss ja, ne, schon einen Arsch in der Hose haben, dann quasi dafür. Ähm, wir haben mit Sicherheit auch eine nette Option. Was heißt, eine nette Option, wahrscheinlich wird Chloe jetzt in dem Moment auf jeden Fall helfen. Ähm, boah, ich weiß es nicht, ich weiß es absolut nicht. Ich glaube, ich bleib, ich bleib drin, komm, ich bleib drin. Versteh' mich und meine Mutter wie wir in der Familie flattende. Hey, lass Joyce aus dem hier. Ich wünsche euch, Joyce, wie genau. Chloe, ich bin sorry. Ich liebe deine Mutter und du einfach immer mich versuchst. Ich habe ein Beweis, dass du auf den Kopf in Kate und Marisch heute kamst. Beweisung. Was? Was? Du besser bleibst aus meiner Arbeit. Dann bleibst aus meiner Leben. Chloe? Someday du wirst. Hey, bist du okay? Welcome to the real Step Douches of Arcadia Bay. I'm sorry. For what? He would have been a bigger dick if he caught you in here. That's hard to believe. Anyway. Let's sneak out the window. There is one cool place we can go to in this hick hole. David was such a mean bastard to Chloe. What if I had stepped up to help? Ja genau, das ist die Frage, aber... Ich möchte das jetzt ungern irgendwie ausprobieren. Nicht, dass es quasi... Also ich meine... Vielleicht hilft es eher ja dann, wenn ich rauskomme. Oder halt eben nicht. Ich meine, wir könnten es ausprobieren. Wir könnten es zurückspulen, aber ich hab äh... Hm... Ich weiß nicht... Ich glaub nicht, dass es hilft. Max, ich glaub wirklich, es hilft nicht. Wir gehen raus. Wir sehen, Step Dick ist nicht auf der Agenda. Hard to believe, Chloe was my BFF, Ich bin nur fünf Jahre alt. Okay. Harte Entscheidung, wir belassen uns dabei. Und wir lieben jetzt hier. Wie ich immer halb in meinen Poob-Schutz hier reinweise. Einfach nur, weil ich irgendwie so gespannt da selber drauf starre. Ah, der Leuchtturm. Ah, da ist die Sonne. Aber den Vogel haben wir nicht fotografiert, oder? Hm. Also haben wir ihn nicht. Muss ich dann nochmal sehen. Oh. Ein Reh. Oh ja. Wo ist... Wo? Wo ist Chloe? Hallo? Vielleicht ist sie schon oben. Oh ja. Ich fühle mich, ich bin wieder in meinem Alltag. Ja. Den Weg kennen wir aus ihrem Albtraum, wie sie selber sagt. Use caution on trade dangerous drop-offs. Okay. Wir passen schon auf. Oh. Oh god. Earth to Max, you're right. Uh, you're right night, Warren here. I know you were worried about me. Oh god. I owe you. Thanks for today. I'll call back later. Okay, I swear. No problem. And you still have to tell me your big secret. K-A-K. K-I-K. K-I-K. Kek? Okay. Okay. Moment. War da ein Flügelchen? Kann ich nicht? Oh. 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 Cool. Okay. Cool. Sure. Tox. What about them? Oh. cap Well yes. oh my god I forgot all about this too bad I can't rewind that far back Max and Chloe best friends PFF ok ah warte mal wowzer Chloe drew that to mark our tree for it so we'd always be able to find each other in case of emergency oh oh man I don't remember this at all but it seems like it's been here for a long time hm ist der Vogel jetzt hier vielleicht irgendwo, dass man den hier irgendwo flugwaffieren kann ich meine das ist ein bisschen, also der Vogel der fliegt ja hier rum ne der wird ja wohl jetzt nicht irgendwie umsonst hier rum schwirren oder ist das halt wirklich eine kleine Finte sag ich mal ne aber ich sehe ihn irgendwie nicht, vielleicht bin ich auf Wind ne wir gucken mal komm Max, ein bisschen schneller ja kann ich fotografieren kann ich fotografieren da ist Chloe hm ne warte mal foto journal da haben wir es wo der Vogel fehlt und vor v